Sag's dem Jahn, der ist zufrieden. Wir leben anständige Leute. Das nennst du lauern? Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Schwer dich zum Teufel, Hexe. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis. Ein Experte für Djinns, schon mal von ihm gehört? In der Kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djin zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djin? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinns ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich Ja sagen würde? Ich wusste es nicht. Aber ich wollte es riskieren. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Das wollte ich schon immer wissen. Hast du in den Kopf abgeschlagen? Riesenkopf, Riesenkopf. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. 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 Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat ein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich hab mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wusste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits. Darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Es hat sich krüde erüthauen. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Und, wie läuft's? Jan, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich's bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da will ich mal reinschauen. Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm ertrunken. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galleonsfigur vom Clan Womond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder rück. Das ist das falsche Schiff. Das ist das falsche Schiff. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Und wenn wir den Dschinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, ein Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Dschinn? Oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Dschinn da unten ist. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Zieh dich um. Aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers. Mit Symbolen vom Clan Hayney. Donars Clan. Der Donar hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet. In der Seite stecken Pfeile. Die Fahrröhren benutzen solche. Yin, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote den Magier gehörte. Das sind alles gesungene Landschiffe. Dann kommt zurück. Wir müssen woanders suchen. Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich seh mir das mal an. Ich seh mir das mal an. Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich hab schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zuerst. Kein Djinn in Sicht. Aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinn ist für Magier absolut unbezahlbar. Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Ich weiß nicht, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Hm. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Dschins sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Hier ist nichts. Nichts Interessantes. Interessant. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Glanschen. Der Magier muss das wohl bedeuten. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen. Oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Hm. Hier gibt es nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Jen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos. Er sieht genauso aus wie im Buch. Nur weil sein Kopf dort noch intakt. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck. Ich hab ne Idee. Die Kälte hat die Leiche konserviert. Ist wohl an einem Schädeltrauma gestorben. Das Bücherregal ist ihm auf den Kopf gefallen. Muss ne ziemlich harte Landung auf dem Berg gewesen sein. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Push. Kann du nicht? Wricht. Keist im Jahr. Keist als es glär. Quätet mich. Kassel. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Nur noch ein bisschen. Ich spüre... Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiter kämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinn brechen. Tu es! Dann bist du frei! Du bist frei! Der Sturm ist vorüber. Ja. Es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war Halbrinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Gerald. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht, vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas, dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yen. Und ich liebe dich. Was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem, ich liebe dich, sollte ein Kuss auch anders schmecken. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amors Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Ach, ist das schön. Hm. Die Geister von Skellige sind uns gebogen. Und jetzt? Tja, ich muss nach Yzyma. Und jetzt. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit. Allein unsere. Im Herzen vielleicht. Aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Yen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kermor hin weiterreiten. Ich werde dazu stoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Bis dann, Yen. Pass auf dich.